Italien und Ungarn wollen gemeinsam eine Initiative zur Änderung von EU-Regeln starten. Das kündigte der neue italienische Innenminister Matteo Salvini an. Bei einer Veranstaltung für den regionalen Wahlkampf seiner rechtspopulistischen Liga-Partei in Fiomicino bei Rom erklärte Salvini, Ich hatte ein langes und freundschaftliches Gespräch mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Er hat uns gute Arbeit gewünscht. Wir werden für die Änderung der Regeln dieser EU zusammenarbeiten. Er hat uns gute Arbeit gewünscht und mit dem wir arbeiten, um die Regeln dieser Europäischen Union zu verändern. Orban gilt als Vorreiter der Einwanderungsgegner in der EU. Bereits im vergangenen Sommer hatte Orban den damaligen italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni aufgefordert, Hilfen in Italien zu schließen, um die Ankünfte von Migranten zu reduzieren. Gentiloni hatte den Vorschlag brüsk zurückgewiesen.